Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xander 2015. Heute sind wir auf dem gerade im neu rausgekommenen Gebiet und ja dabei ist der Ben Hallo, der Fuchsi Hi und der Michel Hi. Ja, ich selbst weiß auch noch nicht viel über den Gebet und ja, ich würde sagen, wenn ich das erste Tierabschade, ich würde auch noch so, bis gleich. Ja, da sind wir wieder, ich habe endlich das Känguru gesehen. Knallz um, wenn ihr seht, ja, das ist ein männliches, es ist dunkel. Ich habe mich gerade eben zu blöd angestellt. Jetzt ist der Berg. Was darf da hoch so blöd? Ne, doch, das geht da hoch, Michel, den Berg. Das backt wieder den Berg, du kommst wieder schießen. Ja, siehst du's? Schieß mit den 9-3er oder ihm. Das backt irgendwo einer, ich glaube, da können wir öfters sogar noch draufschießen. Wir wollen es nicht probieren, dass wir öfters dafür draufschießen. Was willst du sagen, wenn ich auf dem Weg stehe? Ihr war schon. Oh nein, ich bin runtergerutscht. Egal. Ja, brauch dich. Wollsch. Du bist schon viel. Ich seh's halt nicht. Ja, ich seh's anders. Ich geh mal weiter runter. Habt ihr schon ein Känguru geschossen? Ja, ich habe noch eins. Das ist erstmal das von Füchse. Lass mal's Gustav schießen. Geh ich mal auf den Berg hoch? Das ist besser, wenn ich von unten so rangehe, oder? Ja. Lass ich mal durchlaufen. Ben, sagen wir mal, ob ich nur dran bin. Ist gar nicht nur dran. Ah, das hört man auch, wenn er zu den Aufnahmen hört, es pumpt so, wenn die laufen. Oh, da unten steht auch eins. Wo? Ganz unten. Ja, da stehen mehrere. Ganz unten. Links, unten, wo's auf. Da, ja, da, wo der Punkt ist. Da ist auch ein Männchen dabei. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Da unten, ja. Hey, da sind etliche. Das vordert. Das schwarze da. Das hat sogar hinten die beiden. Ah, das hat alles wild. Ah, der vordert schaut unten aus. Das ist so. Ah, da war's vorne. Ja, wollen wir uns hinlegen und schießen? Ja, Michael, siehst du's auch? Okay, dann nehm ich das Männchen, wenn keiner auszugehen hat. Das erste von dir, ne? Ja. Geh mal auf, wartet noch. Ich spot mal. Ich spot, ich spot noch, keine Angst. Michael, geh mal auf, steh mal auf. Du kannst sogar laufen, glaub ich. Geh mal zu uns her. Und guck da ins Tal. Da haben wir eh Zeit. Siehst du sie? Ja, ich seh's auch. Ne, ich mein Michael. Okay. Ich bin grad dran, wie sie hier wechseln. Hm. Achso, ja, jetzt sehe ich sie. Also, wir waren aus dem Rennen. So, ich fette, es ist richtig. Ja, dann leg dich hin und such dir eins. Ich nehm das Männchen. Ich nehm das zweite vorne, also das erste von den Weiblichen. Ich nehm eins von den hinteren. Ich nehm das hinteren. Ich nehm das hinterste. Okay. Michael Eis mit dem drin. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Wer zählt unter? Ich? Na, warte mal, ich würde gerne noch, wenn Quaden bist, es steht. Bleiben die auch mal stehen? Ja, das ist kurz nur. Ja, okay, dann. Jetzt, okay? Ja, es ist ja da runter. Drei, zwei, eins. Meins legt. Oh, die Hoppläne noch da hinten. Meins dürfte die Guteschuss haben. Meins legt. Also, dann würde ich sagen, wenn ich unten bin, schadet ich wieder ein. Also, bis gleich. Ja, hallo? Was sind wir wieder? Wir sammeln es hier ein. Das hat jeder, glaube ich, sein Schossen. Schossen? Ein Kopfschuss, Michel. Linkes hinterbein, Magen, rechte Lunge. 81, keine Ahnung, wie groß ist. 100% drauf, wenn man das mit 50 Jahren schützt. Traufe schon. Aber die sind schon cool aus. Ja, das ist scheiße, wenn die weit weg sind, sind die schwer zu treffen. Fuxi, da liegt du eins rechts. Wir haben einen Punkt gemacht. Ja, ich sehe schon. Oh, da steht noch eins da hinten an die Gleise. Links. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Ja, mach mal den Schuss da, wenn du siehst. Oder es steht irgendwo eins ganz nah. Ja, ich höre irgendwo eins. Ja, ich höre irgendwo eins. Ja, ja. Da an den Gleisen. Da steht's doch. Seht ihr das nicht? Das steht hier vor zu. Vor zu? Ja, da vorne. Da ist es die B. Im Wald. Das guckt schon, das wird schon hoch. Michel, kannst du schießen? Ach, da, ja, ich sehe. Ja. Dein Ding. Ah, alles so gut. Ah, fixart gerade, aber es war. Ey, wie macht man bei so Dinger einen Trophyshot? Äh, Trophyshot oder so? Schwierig. Ah, ich mach jetzt einfach mit dem Kopf noch um. Ich legte Kopfschuh hin. Mach man's so. Sieht ja vergammelt aus. Jetzt, jetzt sehen wir mal. Wie das, auf einmal fängt man sich hier wieder anzuwackeln. Ja. Also dann, das war's dann auch schon fürs Erste. Nur, dass du die Mann 10-Optik kennengelernt hast. Und dann bedanke ich mich, dass ihr hier mitgegangen seid. Mal kurz beim Michi, beim Fuxi und bei der Michelle. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und weit mal zeigen. Und tschüss. Hab man's halt. Ja. Ciao. Ciao.